Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. All wieder ein normales Intro. Nicht so wie gestern. Back Friday ist vorbei. Es war der letzte Tag mit den ganzen SPCs. Ganz Plus-Packs sind auch da, glaube ich. Aber 85er-Packs, alle weg. Und die Shop-Packs laufen auch so langsam aus. Wir haben gestern nochmal alle SPCs geöffnet, die Picks, die Doppel-85er. Da hast du mal 10, 450-K-Pack, 500-K-Pack. Und ich habe endlich meine erste Thunder-Icon gezogen. Jeder hat da gezogen, außer ich. Ich sag nicht zu viel. Lasst ein Like da. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr Black Friday fandet. Also ich fand sehr, sehr, sehr viel Content. Digga, verstehe mich nicht falsch. Also teilweise eine Reizüberflutung. Aber im Endeffekt fand ich es als Content-Technisch war cool. Das war's mit dem Video. Heute wieder rein, 1999, 1999. Okay, let's go. Tagesanmeldung, wichtig. Kampagne-Pack kam wieder, komischerweise. Komischerweise, Jahresrückblick-Pick, was ich niemals in meinem Leben nochmal anfassen werde. Waver-Topspiele kamen raus. Äh, muss ich mal hier abgeben. Prime gemischte und Bremen gemischte, okay. Ui, Arim, Romero ist da. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 Bruder. Keine gute Karte. Tottenham gewinnt wahrscheinlich nicht mal drei Games. Also Tottenham wird keine drei Games gewinnen. Das heißt, mit einem Sieg von Tottenham in vier Spielen, das glaube ich schon, bekommt er einfach 77 Pace. 77 Tempo ist nicht gut, meiner Meinung nach, bin ich ehrlich. 84 und in Form und 380. Ja, geht fit. Es ist okay, Chat, Digga. So, wir geben einen 10-Milz-Pack rein, Chat. Dankeschön, Antoine. Kuss, 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 Antoine für den Sub im siebten Monat, Bro. Dankeschön, Bruder. So. Wer ist das? Hummels, Digga. Hab ich heute auch schon tausendmal angezogen. Wapp ist das? So, wer ist das? Frankreich, ZM, Gero, vielleicht, Walkout? Uh, das ist die sogar, Digga, Chat. Nice. Das ist die einfach sogar. Die Arsch, die Romero, Ram, Romero's Kacke. Alter, das ist ja glücklich, das ist richtig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, Eiken. Eiken sind wir sowieso, ne? Italien, Eva, Maldini. E, Bonucci. Oh, nein. Oh, nein. Und die Eiken dahinter wird auch safe. Ich sag Italiener-Chat. Ich sag Italiener-Chat. Oh, Cassias. Oh, dass Cassias überhaupt ein guter Torwart, Digga. Uh, und Lidl und Karchawi. Ey, Bruder, auch ein gutes Pack gewesen. Eiken. Uh, Eiken. Oder? Was ist das? Eiken? Doppel-Eiken. Nein, Kleubert. Ey, welches Pack hat er geöffnet, Digga? Nein, 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 nein. Das Doppel-Eiken-Pack ist das schlechteste Pack, obwohl er guckt nicht nach Preis, Janis. Lass es einfach. Wir haben jetzt, ich glaube, 70 Player-Picks, okay? Außer, mein Baby-Boss. Dankeschön, Janis. So, come on. Oh, Mudric. Bruder, wie, wieder, schon wieder Mudric? Oh, dritter Walkout-Chat. Oh, Ruben Dias. Wir müssen die hier einmal wegmachen. Digga, junge Batscher. Boah, Meat, guck mal, schon wieder Chat. Ja, woher eigentlich muss man Eiken ziehen können da raus. Uh, Sandro Pagos, ziehe ich auch mit. Bruder, ich habe immer noch Sommerreifen-Chat, ne? Okay, Eike-Packen-Off-Chat. Und Wales, Ukraine, Schwerchenko, okay, kein Rush-Chat. Ne, wird, äh, wie heißt das, habe ich schon. Oh, Digga, kein Puskas-Chat. Boah, als ob ich mir ein Hemd ziehe, das ist echt verrückt. Ja, seht ihr? Ball. So, Glisch. Ja, Larsson, komm, mein Verein, bro. Okay, auch kein Larsson. Vidic, save. Save Vidic. Okay, kein Vidic. So, Russland, äh, Rumänien, Komaji oder Irland-Kien. Nice. Okay, SF gut. Jetzt hört ihr George Best im Spiel mit Kuss. Ja, kein George Best, Digga. Mexiko. Ab ich schon. Ab ich schon. Japan. Ja, würde ich auch sagen, so weh, Chat. Proazien. Ah. Was, Ding, ist am Ende des Tages, wird sowieso Däne, äh, nicht Däne, Markus Lava, ich, äh. So, Cock-Inseln. Das hat mir aber noch nie Glück gebracht, komischerweise. Bulgarien, auch nicht. Okay, top, den Durch-Chat. Wir sind durch, wir sind top, wir sind in der Top-9. Gras-Port-Bichon. Gras-Port-Bichon. Wir gehen England. Ja, Bruder, gib mir einfach Bobby Mura, Campbell. Ja, Mittelfeld, Scouts, Lampard, Girard. Ist es auch nicht. Kein England. Oh, gut. Italien. Mittelfeld, Gartus hat einer gecallt. Sturm, bitte. Ja, ha, 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 ha. Mittelfeld, werbruch. Sturm ist eigentlich, guck mal, alle Stürmer aus Spanien sind eigentlich, okay. Okay, Autor gibt es auch noch. Nein, 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 nein. Kein Spanien-Chat. Das Ding ist, guck mal, am Ende werde ich bei Frankreich gebrochen. Frankreich-Pires. Argentinien haben wir schon. Kein Deutschland. Oh, kein Portugal. IV, Blanc hab ich. RM gibt's nicht. RM, bitte. Ribéry und Kaipires. ZM. Oh mein Gott, hä. Guck mal, Sturm, Dresge, mach mich kaputt. Kein Sturm. Oh, nein. Es wird so 100% Holland, Digga. Wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. IV kümmern. ZDM. RM, ZM. Oh, Holland könnte kommen. LM, gibt's nicht. Z-U-M. Ich mach das so ernst, ich versteh das nicht. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr hören. So, 1 von 5. Ich zieh bestimmt ein Klostermann oder sowas. Oh, nein. Kanu. Kanu ist kacke. Wir gehen rein, Erstpack. Gold. Gold. Gündoan. Stimmt, der Einzige. Oh, Double-Ockout. Ja, okay. Okay. War gut. Wir gehen rein, das nächste. Wieder Gold. Ja, wieder Gold, Schatz. Was ist das? Liverpool. Trent. Oder ist was? Oh, Geist, keine Chat, Digga. Ich zieh zweimal, Bruder, Rechtsverteidiger. Zweimal. So, wieder Gold, Chat. Wieder Gold. Guck mal, bitte, bitte, guck, bitte, guck, bitte, guck, Chat. Wieder Gold, wieder kein Smash-Karte, Chat. Sogar kein Doppel-Walkout. Oder guck dich an. Stone gezogen, Chat. Ach, du Scheiße, Bruder. So, ich mach wieder Stat-Reveal-Chat, Digga. Einfach viel Viper. Ich hoffe, ich zieh irgendwas. 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 Boah, was? Hubel. Wer ist das? Oh, ne Scheiß-Karte, Digga. Stones. Oha. Joa, Linton, den ich schon habe, Digga. So, Bro. Und nicht mal ein Thunder. Nicht ein einziger Thunder. Wer soll das sein? Trend. Den ich zum einen Milliardsten Mal anträgt habe, ne? Ui, Gomez. Ja, ist cool, Digga. Nice. Ich geh rein. Gold. 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 Bro, die geben mir eine Gold-Karte, Chat. Ich ziehe nicht mal Special-Karte, Chat. Ach, du Scheiße. So, komm, 54k-Pack-Elite mit einer Hero drinne, Bro. Auf 5% Wahrscheinlichkeit auf eine Icon. Aber kein Thunder-Struck. Kein Thunder-Chat. Kein Thunder-Rotri. Ich ziehe Rondi, ich ziehe Rottri, doch ich kein Thunder ziehe, Chat. Oha. Ococha ist gut, aber. Ococha ist gut. Ococha ist gut mit Twix-Star. Aber guck mal, ich ziehe eine Gold-Karte und nicht mal einen Thunder-Struck. Das ist geisteskrank, Chat. Ey, Baby. In Form. Ist eh kacke. Wo ist das? Bonucci oder Merkens? Guckt euch an. Bonucci, Italien. Oh, Acuna. Ach, Digga, Bro. Das ist so scheiße, Chat. Ah, holy shit. Ich gehe hier rein, schau jetzt drauf. In Form, cool, cool. Lautaro und irgendein random In Form. Ist das In Form oder ist das In Form? Oh, Leva. Oha. Leva 91? Ja, aber einfach gar nichts dahinter, Chat, ne? Einfach gar nichts dahinter. Wie geht rein, Chat? Eins von zwei. Ja, Bonucci. Kultus-Stand, Chat. Kampagnen-Pick. Weil ich einfach dumm bin. Weil ich einfach dumm bin, Chat. Wer ist das? Guck mal, Ass-Cheeks. Oha. Ach, Digga. Wer ist diese Karte? Ich werfe dich weg wie Dreck. Das ist wahrscheinlich wieder Bonucci, denn ich kann nicht genug Greenwood, Digga. Verpiss dich. Oh, mein Gott, Hansen. Hansen. Ja, Bruder, er ist sogar actually okay, Digga, ne? Oh, also so kurz. Ich hab jetzt sogar Hero-Pick gemacht, okay? Drecks Hero-Pick gemacht, okay? Bitte Ginola einfach, okay? Das Arsch. Warum ist das Arsch? Arsch-Karte. Ah, Robby Keen. Auch Arsch in meinen Augen. Evo? Ich scheiß auf Evo. Ich spiele sowieso nicht. Bruder, also guck mal. Coole Karte, ne? An sich. Aber ich werde die nicht spielen. Ich mach Anwendung schließen. Wir gehen rein ins Eike-Pack. Drittes Eike-Pack. Wir machen das dritte Mal ein Eiken-Roulette. Oh, here we go again. Here we go again. Man, here we go again. Argentinien, erst mal. Viron. Gresspapisch im Verein. Boah, kein Argentinien. England, das mach ich kaputt. Kein Mittel-Fahr. Sturm. Boah, kein England. Ey, warte, schon wieder kein Argentinien, kein England-Chat, ne? Okay. Kein Italien. Kein Italien. Halt's Maul. Ich mach Niederlande, Ivo und Sturm weg. Mir ist scheißegal. St Niederlande. Ich bin wieder klar, ich gehe kaputt. Ich hab so viel Leihspieler. Ich dachte einfach, es wäre safe. Holland, Sturm. Ist es aber nicht. Kein Deutschland. Es ist immer dasselbe, Bruder. Mittelfeld. Sturm. Ach du Scheiße. Ich hätte kein Spanien. Wir sind wieder bei England, nee, bei Brasilien, Frankreich, Holland-Chat. Schon wieder. Zum dritten Mal. Das ist das dritte Roulette. Wir sind zum dritten Mal hier. Aber Portugal, Scheiße, Mann. Oh nein, ich hab Figo vergessen. Okay, kein Portugal. Frankreich, macht mich kaputt, Leichtigab. Es wird EL. Bruder, freut euch nicht. Das hat nicht gehypt. Stellt einfach negativ rein in die Scheiße. Blanc, hab ich schon. LV, ZDM. Will ich nicht haben. ZM ist gut. ZDM behalte ich auch noch. MS behalte ich. Mach Sturm weg, Digger. Jawoll. MS. Okay. ZDM oder ZM. ZDM vergessen. Okay. Ich sitz hier mit solchen Klönen. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. In meinen Augen. Seedorf oder Reikard. Bruder, Seedorf. Können mich knallen. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. In meinen Augen. Er war der Einzige, der mich auch aufhalten konnte. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. In meinen Augen. Ich hatte Klöiwart, Bergkamp und Seedorf. Ich lad auf und brech mich komplett, Bro. Ich mach mich jetzt kaputt. So, Bruder, wir gehen rein. Letztes. Bitte gib mir eine Doppel-Icon. Ja, nicht mal eine Icon. Hero, geil. Ja. Ich zieh Lena Oberdorf einfach. Ich will gar nicht wissen, wer die Hero ist. Scheiß auf die Hero. Oh, Quadrato. Ja, ich bleib wohl ohne Icon, Digga. Ich bleib wohl ohne Icon. So, 1 von 3, 4, 8, plus Pix. So, guck's wahrscheinlich jetzt. Erste Karte. Torwart, Panos. Gerade abgegeben. Ich bleib wohl ohne Icon. Torwart, Casillas! Ja, ha, ha. Endlich. Endlich, meine Icon-Chat. Ja, auch wenn's zum Casillas ist. Ich hab geblutet. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga. Wir sehen uns morgen, Chat. Chat auch sehr, sehr gerne mit dem Zweitkanal ab. Ui. Neues Video auf dem Zweitkanal, Chat. Abchecken, sehr, sehr wichtig. Und auch mein Main-Kanal, ne? Idges. Ich appel mir das mal an YouTube. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich bewege doch, hein. Vielen Dank.